Musik Mit der Staatskapelle Dresden hier Leha zu spielen ist etwas ganz Besonderes. Erstmal geht es darum, dass ein Orchester, was das sonst nicht so oft spielt, mit großer Freude diese Ohrwürmer sozusagen zelebriert. Und auf der anderen Seite macht es einfach einen Heidenspaß, weil der Leha ein Genie war und meiner Meinung nach viel öfter gespielt gehört. Er hat die Liebe uns ins Herz gesenkt, uns den süßen Ratsch und den bittersüßen Schmerz geschenkt. Wäre es auch nicht als ein Traum vom Glück, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen warum? Schmerz Untertitelung. BR 2018